Irgendwas stimmt damit nicht. Drachen hinterlassen nicht solche Spuren. Wachsam bleiben. Es ist die Spur eines Seelenfressers. Noch eine Kreatur, die nicht nach Varnaheim gehört. Ja, suchen wir nach weiteren Opfern. Seelenfresser übersieht man schnell mal. Noch eins. Er muss nah sein. Erst die Einherja, jetzt das. Noch ein Kadaver. Dann sind wir wohl auf der richtigen Spur. Gefahr voraus. Seelenfresser sehen zwar aus wie Felsen, sind aber weitaus tödlicher. Macht euch bereit. Nichts die Intagma. Neh! Hier geht's. Bo Tem sich. Das war's für heute. Es ist vorbei. Vielleicht kann das Leben in diesem Tal jetzt neu erwachen. Das hoffe ich. Varnaheim hat genug gelitten. Es lässt sich nicht unterkriegen. Warum bist du da so sicher? Länder sind oft wie diejenigen, denen sie am Herzen liegen. War... Was, ein Kompliment? Ich hab's auch gehört. Ich hab's auch gehört.